oben und dann müssen wir runter kurz schauen ob ich den turm auf der karte finde ja es müsste dann hier drüben sein das hier könnte natürlich auch etwas sein und das markieren fast in der nähe aber dann fehlt hier oben etwas wir gehen allein könnte sein ja das kann ich dann machen wenn ich es nicht finde aha du meinst wegen dem zählen ja ich kann einfach den fluss auch herunterfliegen wer hier wohl gelebt hat also machen wir das mal gehen wir mal hier hin und dann gehen wir step by step da durch also der gewisse steine und so als anhaltspunkt war das hier ah ja hier oben also hier ist der ausgangspunkt so weit so weit so gut in den tar nochmal die karte anschauen also wir gehen hier runter an einem stein vorbei was am berg vorbei busch vorbei und dann so ein ding also wenn ich jetzt hier runter fliege und so weit dem fluss folge bis ich auf der rechten seite so ein das hier finde sollten wir schon mal richtig sein also jetzt gehen wir mal diesen fluss weit entlang diese fluss hier also die brücke war so nicht eingezeichnet das hier das hier könnte könnte sein aber ich bin jetzt schon mega weit unten und ich weiss nicht ob das hier fast schon zu weit ist hoch oben hoch oben das hier suche ich aber das finde ich gerade nicht und dann wäre unten so ein dings mit tor aber das hier führt dann zu hogwarts glaube es muss auf dem weg hier sein noch weiter dem fluss folgen aber der fluss mündet ja dann ein schloss muss mal sehr prunkvoll gewesen sein auf dem weg auf dem weg Oh, flammenfarbener Hut. Also wenn ich das jetzt hier anschaue, wäre das ja... Nein, nicht Entzendung. Ist das theoretisch... eine Ruine. Und die Ruine... Genau. Und die Ruine... sieht ja eigentlich aus wie... das hier. So ein bisschen mit diesem Rad und mit dem da. Und da ist ja... Nein, stopp, stopp, zurück, zurück, nicht drüber. Da, oder? Das Teil hier... Das Dings da, dieser Ausschnitt mit dem hier, sieht so aus. Das heisst, das wäre... Wenn ich jetzt hier schaue, das wäre hier... Dann wäre es weiter unten, aber... Da ist ja kein Fluss auch eingezeichnet. Müsste es... Hä? Ist das nicht... Hä? Okay. Nur ganz kurz. Das hier... Dieser Bereich hier ist doch oben. Dieser Bereich hier ist unten, wenn man vom Fluss ausgeht, oder? Aber wenn ich jetzt das hier anschaue, ist doch der Fluss ganz klar unten. Und das hier ist oben. Oder ist das auch Fluss und ich bin diesem Fluss hier runter gefolgt, jetzt zuerst. Das heisst, wenn ich jetzt hier den nächstgelegenen Fluss nehme... Und ich das hier jetzt wirklich so... Da bin, wo ich jetzt bin, müsste ich jetzt hier runter gehen. Heisst... Ich müsste jetzt hier runter gehen und dann wäre das hier der Fluss. Und dann wäre... Dann wäre das irgendwo... Hier. Aber es macht keinen Sinn. Weil dieser Fluss hier ist nicht so lang, wie auf der Karte. Na, also machen wir. Hier. Hm. Ich kann gar nicht mehr nahrhen. Dann kann ich sicher noch ein bisscheniejael kümel machen. Aber wir haben dann ja wieder hurricanes gefolgt. Es freut mich, dass Arn seine Sachen wieder hat. Renrock und seine Anhänger werden so etwas nicht nochmal probieren. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob das stimmt hier. Es fühlt sich irgendwie nicht so an, als ob das stimmt. Das ist ein komplett anderer Fluss gemeint, aber dann wäre das Banditenlager, wo der Start hier ist, nicht das Banditenlager, wo auf der Karte ist. Könnte es sein, dass das hier nicht das Banditenlager ist, sondern etwas anderes? Eigentlich müsste es das Banditenlager sein, wo es vorhin gewesen ist und die Karte gefunden hätten. Dann wäre es ja von hier aus dahin. Was sehen wir noch auf der Karte? Wir sehen einen Steinhaufen, einen Stein mit Stock. Stein, eine verlassene Burg, wo ich jetzt gerade gedacht habe, das wäre das. Vielleicht auch nicht. Und dann unten drunter das mit dem Tor. Wir haben einen Kompass. Stimmt, Nord-Süd. Haben wir auch hier Nord-Süd irgendwo ausgerichtet oder so? Also es ist Nord-Süd. Also es ist grundsätzlich so, ist es schon ausgerichtet, Nord-Süd. Und dann wäre das nicht der richtige Fluss. Dann wäre... Dieser Teil hier... Mehr... Das... Hogarth und Ron Romandub. Also Hogarth ist ja hier. Wo kann ich die Himmelsrichtungen ablesen? Südlich von Hogarth, nördlich von Hogarth. Ah, okay, dann ist es so, ja. Okay, dann ist aber das hier, wenn wir davon ausgehen, dass das auch Norden ist, hier. Süden, Westen, Osten, dann müssten wir im Norden ein anderes Banditenlager finden, wo so einen Fluss hat. Das heisst, wenn ich jetzt hier rumschaufe, würde so ein Fluss mit so einer Biegung... Ähm... Das hier auch nicht, denke ich. Das hier auch nicht, denke ich. Das hier, theoretisch. Das hier ist so eine mögliche Biegung. Handbuchseiten. Weiter runter. Weiter runter habe ich keine Ahnung, ob das Fluss ist oder nicht hier unten. Das wäre dann sehr weit weg. Südmeer. Aber ich sehe hier auch gar nicht ein Banditenlager in der Nähe. Dämlich anstellen, du bist super. Du bist super, äh, Tiegle. Stell mich gerade dämlich an. Ich dachte wirklich, dass das hier oben wäre. Das, das, das hier ist. Kleines Banditenlager. Gehe den Weg entlang. Okay, ist es auch. Okay, beide haben jetzt den gleichen Tipp. Da ist hier ein Häkchen dran und hier ein Häkchen dran. Etwas gelootet habe und kaputt gemacht habe. Kann das sein? Okay, dann gehen wir zu Fuss. Ja, du hast jetzt etwas Ähnliches zeitgleich gesagt wie Tigerläm. Kann sein. Kann sein. Dass ich falsche Dimensionen annehme. Wir gehen mal, wir gehen mal zu Fuss. Dass ich mit dem Besen irgendwie, wumm, drüber hinweg und dann. Genau. Äh, ah, da unten wäre der Kompass auch. So, jetzt, äh. Das mal aus, nein, nicht ausblenden, da. Eine dieser Schüler wird niemand vermissen. Äh, ah. Wenn jemand Ärger sucht, bin ich genau die Richtige. Also. Das ist unser Ursprungslager. Dann kann ich ja noch etwas, WB. Kann ich ja noch etwas mitnehmen. Was ist das hier? Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Warum? Rebellion. War jetzt mega gefährlich. Also. Wir haben jetzt hier das und jetzt gehe ich mal einfach zum Fluss. Okay. Komm, das machen wir das eine anderes Mal. Also, jetzt bin ich rechts vom Fluss. Habe noch ein Blutgel. Dingens da genommen. Der ist super hier zum Fluss. Moment, zu Fuss. Ja, jetzt geht's mü, da geht's. Ja, jetzt gehen wir. Ich liebe mich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hey. Ich liebe dich. Sei mal. Komm, ich liebe dich. Was? Unter meinem Weg laufen? Was meinst du? Aha. Diesen Weg hier. Nee. Ah, diesen Weg. Ich weiß nicht, ob ich die Welt irgendwie komplett Flush bin. Ich kann es dir nicht sagen, tatsächlich. Ich weiß einfach, dass hier doch das Lager ist. Ich dachte, das war doch das Lager. Oder bin ich beim falschen Lager? Nee. Reveglio. Was ist das da noch am Boden? Roland Oaks Tagebuch. Jetzt habe ich noch ein Tagebuch gefunden, für Zufall. Aha, das habe ich aber schon gelesen. Also. Müsste das sein. Das wäre das. Und an meiner Meinung, wir müssen rechts lang. Map auf. Ne, das ist nicht die. Ich bin links vom Fluss. Das ist falsch. Gemäss Karte wäre ich ja oberhalb des Flusses. Und was das passt. Theoretisch wäre das da. Oberhalb des Flusses. Das, das, also. Das wäre unterhalb, das oberhalb. Gemäss Karte. Ich steige. Ich steige. Ich steige gerade nicht. Runter zum Fluss und dann links auf der Map. Da hin. Warte ich doch. Falscher Fluss. Falscher Fluss. Und der Fluss. Ah, hier lang. Ach so. Das könnte es sein. Ah. Gott im Himmel, stimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass wir hier runter müssen. Ah ja. Ah. Falsch interpretiert. Das heisst, es müsste theoretisch etwa hier sein, wo wir hin müssen. Okay. Ja, ich bin... Warum habe ich das falsch interpretiert, Chat? Ich muss den Fluss hoch. In den Fluss runter. Hm. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Ah, Chat. Ich bin wirklich blöd. Das andere Fluss Ende. Aha, weil die Karton... Ähm. Naja. Vielleicht ist es, weil die Karte verdeckt war. Ich habe einfach... Die Art des Flusses habe ich mit dem unteren irgendwie... Keine Ahnung. Verbunden ist jetzt das hier. Wow. Ein krummer Baum, wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Entschuldigung. Welcher krumme Baum? Der da? Es gibt immer einen, was? Aber diesmal ist es nicht nur einer. Wir sind alle Opfer des Irrglaubens, der hier jemandem offensichtlich zu Koffe gestiegen ist. Das ist hier los, was? Ging die da aus so? Okay. Okay. Diese Hühner! Kann gut sein, ja. Kann gut sein, ja. Mir fehlt aber etwas, Chat. Fehlt aber was. Also, auf der Karte ist keine Biegung. Ich habe jetzt das hier gefunden. Aber mir fehlt das da. Biegung ist ja nicht drauf, oder? Ne, ist keine Biegung drauf. Vor allem, was für ein krummer Baum ist das? Was flattert hier? Entschuldigung, im Chat muss ich immer einen Moment hin und her. Ähm. Das hier ist der Baumstumpf? Das sieht aus wie ein Stein. Nein, komm. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich glaube, das ist auf dem Weg weiter. Okay. Okay. Der Weg ist hier drüben. Aha. Aha. Aber es müsste doch auf der Karte auch eine Abbiegung geben. Abbiegung geben. Also jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich das Ding da gefunden. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste jetzt südlich von hier liegen. Und südlich wäre da lang. Und dann wäre... 4, 3, so... Dann wäre jetzt das... Hier. Ah, schau mal. Nein. Entschuldigung, Chat, es geht über den fucking Fluss. Entschuldigung für meine Aussprache. Hier ist aber kein Fluss mehr. Hier ist wirklich kein Fluss mehr. Hier ist einfach das hier. Aber es sieht aus... Sieht böse aus. Was haben wir denn hier? Oh nein. Hier sollte ich vielleicht nicht entsenden. Hier. Hier. Komm, trinken um. Hm. Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Das ist der Order der Kaffee. Jetzt muss ich gut anpassen. Kandringo! Oh, ich das etwa zu... Kandringo! Nebius, so, das ist ein Koldau. Aber das ist nur Momentum. Kandringo! Wenn du mich besuchen könntest. So ein traurig... Reveglio! Gardium Leviosa! Nicht mal sicher, ob ich da richtig bin, Chet. Reveglio! Weil, wie gesagt, es ist irgendwie kein Fluss. Ich werde nicht ruhen. Ist richtig. Aber es ist kein Fluss. Ich check's nicht. Versteck's nicht. Dieses Lager gefällt mir gar nicht. Ne, das gefällt mir auch nicht. Ist kein Fluss dazwischen. Welche Aktivität meinst du? Welche Aktivität meinst du? Der Kobalt ist kaputt. Betritt aus dem Post in der Gebäude, du hast recht. Recht, stimmt, steht, steht was anderes. Ist da jemand? Wer ist da? Zu Chevellium. Sich den grossen Typen noch töten. Warte mal, ist noch etwas. Ah ja, stimmt. Warte mal. 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 Lependo! Ingenio! Morriamos! Montringo! Incendio! Protego! Ringo! Ein stinkender Koloss weniger. Jetzt zeigt es mir irgendwie einen Ort an. Ja, ich weiss, das habe ich nicht gemacht. Hier unten. Dieses Schloss verbirgt allerhand Geheimnisse. Ähm, muss irgendwie runter. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Noch weiter runter. Ah nein, hier. Ich wollte noch 10 Minuten machen, Chat. Äh, Daily Dose of Interim machen wir heute nicht mehr. Ähm, vielleicht noch das Ganze hier fertig? Weiss es nicht. Mal schauen. Wir machen nicht länger als halb, was ich schon mal erwähnt habe. Halb der Wolf. Mit dem Ringo! Und Ringo! Sperliamos! Was ist das? Botego! Es geht nicht zu. Oh, ich kann noch mal ein Schnell. Ein Schiller aus den Rüllen. SERIO! Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Rächer gehabt. Ich habe jetzt nicht mehr so lange, okay, ich bin gespannt. Bin gespannt. Rebellion! 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 Reveglio! Reveglio! was warten die auch hier drinnen das ist ja mega blöd dass die da hier wache schieben müssen oh verdammt das sind mega viele wow 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 BAM! Den Amboss Das war's für heute.